Wenn sie jetzt schon wieder aufgehört hat. Hast du gekriegt? Filmst du? Ja. Dass sie sich da den Hals nicht ausrengt, verstehe ich auch nicht. Der denkt sich halt den Hals und schleudert ihn tot. Das ist so ein Jagdrichtner. Was machen die, wenn die ein Tier gefangen haben? Aber es ist doch nur eine Socke. Ja, Gott sei Dank. Eine getragene Socke von Mama. Ja. Ja.